Wir schauen uns heute mal wieder die besten Lifehacks an, die so hilfreich sind wie ein gebrochener Arm beim Basketball spielen. Deswegen, falls ihr mehr davon wollt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und sonst freue ich mich über jeden Kommentar für den Algorithmus. Vor allem jetzt würdet ihr mir damit helfen, da YouTube immer weniger meine Videos vorschlägt. 5 Minuten Tricks! Musst du viele Eier kochen? Oh mein Gott, sie gehen immer kaputt, weil du sie nicht richtig stapeln kannst. Benutz sowas für deinen Ofen. Back sie einfach. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Du hast Fingernägel, ein bisschen Fingernagelkleber und dann Stifte rankleben. Und schon kannst du mit deinen Fingernägeln malen. Viel Spaß beim Anspitzen. Und ich glaube, keiner, der solche Fingernägel trägt, will so malen. Dein Kind ist ein Burrito? Nein, das geht so nicht. Nein, so geht das nicht. Dann pack es aus und zwar alles und schon ist es kein Dorito, äh, Burrito mehr. Und dann brauchst du nur noch, äh, okay. Füll dein Eiswürfelfach mit irgendwas. Danach musst du es nur noch erhitzen. Und was haben wir daraus? Wir haben eine Badematte für deine Füße, aber sehr klein. Also vorsichtig, worauf du trittst. Trunk deine Hand in Wachs und dann ins Eis und dann ins Wachs und dann ins Eis. Und schon hast du eine Fake-Hand irgendwann. Und dann tut er Silikon rein. Ich wollte immer schon eine Silikon-Hand von mir selbst haben. Aber ich bin etwas enttäuscht. Das ist kein Zement. Aber du kannst die Finger bewegen. Uh. Und mit ein bisschen mehr Arbeit, weil es zu viel Arbeit ist, um es zu zeigen, am Ende hast du dann die Hand von Wednesday. Dein Ketchup kommt nicht raus. Schlag einfach auf die Zahl. Du kannst überall hinschlagen. Nicht auf die Zahl. Die ist, glaube ich, komplett egal. Und schon kommt es raus. Dein Baby spielt mit Sachen. Und du denkst, äh, alles ist über. Ich habe keine Lust mehr. Dann sperr dein Baby einfach ein. Nimm ein Bettlaken und ganz viele andere Sachen. Und schon kommt es nie wieder raus. Siehst du? Und du kannst es endlich alleine lassen. Du hast einen Toilettendeckel. Aber der ist nicht schön genug. Tu da Blumen rein und dann wieder Resen, Exposi oder was auch immer. Und schon hast du einen neuen Klo-Deckel. Du brauchst Regenbogenfarben. Die Stifte klebst du dann zusammen und schon kannst du einen Regenbogen malen. Siehst du? So geht das. Und dann hast du noch sowas. Eine Folie und ein weißes Blatt Papier. Und so kannst du es an- und ausmalen. Wofür? Danke, dass mir ein Grund genannt wird, wofür ich das machen sollte. Du hast eine Miene. Tu sie in sowas rein. Und dann noch ganz viele Blumen und Gold. Und dann brauchst du nur noch dieses Epoxy-Craft. Kann man sich das bei euch kaufen oder warum habt ihr das gezeigt? Und das füllt ihr jetzt auf. Noch mit einem Feuerzeug drüber. Natürlich mit einem Feuerzeug. Und schon habt ihr einen schönen Stift. Ich habe das Gefühl, sie kann nicht richtig damit schreiben. Dein Wasser angeht nicht mehr. Nimm einen Soßendeckel. Und schon geht es wieder. Oder besser. Das ist ein Abdruck von deinem Glas. Achso, nein. Tu deinen Deckel runter. Ja? Okay. Dein Kind will kein Gemüse. Ew. Dann leg es auf einen lächelnden Teller. Und mach daraus ein Gesicht. Siehst du? Aber warte. Das willst du immer noch nicht essen. Dann tu einfach ein bisschen Karamell drüber. Ja, dann würde ich es als Kind auch essen wollen. Deine Lamp ist hier nicht schön genug. Tu da Expose-Riesen rein. Und dann alles Mögliche. Füll es mehr voll. Und danach nur noch wieder zuschrauben. Ist das nicht schön? Bisschen mehr und du hättest nichts mehr gesehen. Du spielst dann dein Handy. Nein, ist das kaputt. Dann heul einfach, bis es wieder heil ist. Ich meine, mal es an mit deinen Stiften. Wow. Weil es so viel sicherer ist, jetzt wo es wieder bunt ist, sind die ganzen Glarscheiben natürlich nicht mehr so gefährlich. Greif ein Wiener ganz hart und tu es in Alginate. Und dann nur noch Seife. Warte, dann hast du Seife mit dem Wiener? Und dann kannst du es endlich überall hinhängen. Es hat was. Oh nein, meine Sandalen sind kaputt. Ich klebe da mal kurz ein bisschen Kleber rum. Dann tu ich da Steine rein und Epoxy. Warum? Was hilft dir das für kaputte Schuhe? Und schon sind sie nicht mehr kaputt. Was machst du mit den Füßen? Du hast ganz viele Ikea-Tüten. Du weißt aber nicht mehr, was du damit tun sollst. Schneid sie auf. Genauso wie im Video. Dann leg sie aus und nähe sie zusammen. Denk dran, 5 Minuten Crafts. Das dauert nur 5 Minuten und schon hast du eine Ikea-Jacke. Würde mich nicht mal wundern, wenn sie sowas verkaufen würden. Du musst auf Klo. Du spielst und alles fliegt überall hin. Das Problem habe ich immer. Mach den Deckel runter. Ich glaube, solche starken Spülungen, da sind Löffel dann in der Toilette drin. Mach deine Hände zusammen. Tu es da rein. Fülle es mit Gips. Oder Zement ist eh egal. Da machst du es kaputt und dann hast du deine Hände, wie sie was halten. Und das bindest du jetzt nur noch auf irgendeinen Ständer und mit ein paar Lichtern. Und da noch ein bisschen riesig. Wie lange musst du das schütten, bis das so getrocknet ist? Ich frage. Ich meine das ernst. Du kochst immer mit deinem Ofenblech. Siehst du hier überall schöne Pfannkuchen. Und dann ist der erste aber schon verbrannt. Und der zweite ist so halb. Und der dritte und der vierte und der fünfte und der sechste. Schon haben wir zehn gelernt. Die Stackelschuhe gehen kaputt. Oh nein. Was soll ich nur tun? Worauf soll ich jetzt stehen? Schreiß deinen anderen Schuh auch ab. Und schon hast du Schuhe, auf denen du immer auf Zehenspitzen gehen musst. Du hast dein Bild. Kleb da Stahlnägel ran. Alles voll und dann ein bisschen Resen drüber, aber nicht zu weit. Und dann kannst du... Ah, Sass. Also du kannst das machen, aber ich glaube, das wird wehtun. Du hast deinen Riesenspiegel. Tu da überall LED-Streifen ran. Also kleb sie ran und du hast noch ein Teddybär. Weit ihn aus. Komm, nimm alles raus aus ihm. Du brauchst es nicht. Er muss nicht flauschig sein. Er braucht keine Innereien. Und wenn er leer ist, ist dein Spiegel fertig. Ist das nicht schön? Und du denkst immer an deinen Teddybären. Tu Butter in einen Topf. Und schon hast du ganz leckere Butter. Da tust du dann noch andere Sachen rein und tust sowas. Es ist keine Kerze. Ach so, es ist eine Kerze. Die Butterkerze. Siehst du, und du kannst nicht zu viel benutzen. Du reibst gerade dein Rotkohl oder so. Alles ist dreckig, aber du hast kein Wasser, um dir die Hände zu waschen. Benutz eine Kartoffel. Die muss nur roh sein. Siehst du? Wie frisch gewaschen. Du hast deinen Legostein. Du hast zwei Legosteine. Kleb sie zusammen. Und dann ganz viele. Und dann machst du ein Bild da rein. Dann noch Riesen. Okay, ich wollte immer schon Legosteine an der Wand hängen. Die nicht mal zusammen sind, weil sie zusammen kleben. Ach, schade, doch nicht. Daneben nur so ein Bild. Ich erkenne es so gut. Du hast Kreidestifte. Dann schmelzt sie mit deiner Heißklebepistole. Und zwar auf einem Becher drauf. Dass es so runterläuft. Sicher, dass du das mit Stiften machen willst? Und nicht mit Heißkleber? Und am Ende hast du das. Ist das nicht wunderschön? Also es schaut nicht schlecht aus. Aber, hm. Deine Scheiße bleibt in meiner Toilette? Dann tu ein Anti-Rain-Spray. Ein Anti-Rutsch-Spray? Und schon rutscht alles gut durch. Du hast gerade gebügelt. Wohin soll ich das tun? Hä? Ich stelle es auf den Boden. Auf den Teppich. Oh nein! Mein Teppich ist ruiniert. Was soll ich nur machen? Ich schneide ein riesen Puzzlestück aus. Und schon kann ich meinen Teppich kleiner machen. Wunderschön. Das ist ein Ei. Binden Faden um deinen Finger und um dein Ei. Und so kannst du es schneiden. Ja, geht. Seh nur den Sinn nicht da drin. Du bist zu blöd, um ein Stück Butter aufzumachen. Oh Gott, was soll ich nur machen? Ich benutze jetzt meine Gabel. Pieks da rein und drück es aus. Also wenn du das nicht schaffst aufzumachen, dann ist es dir eh nicht mehr zu helfen. Nimm dir einen Eisstiel und dann tu da ganz viel Watte drum. Oder Schnur. Und das sind ganz viele Sachen. Und das klebst du an dein Handy. Und schon will es niemals mehr jemand haben von dir. Und sobald du es einmal in deine Tasche tust, ist alles kaputt. Du hast zu viele Plastikspielzeuge. Schmelzt sie ein und mehr. Lass sie schreien, bis sie nicht mehr können. Und am Schluss hast du sowas. Und das kannst du an deine Bohrmaschine tun. Und schon kannst du schleifen, siehst du. Und schon können sie nicht mehr schreien. Warum musstest du jetzt Plastikspielzeuge nehmen? Wenn du es eh blau machst. Und am Ende kommen sie auf dein Skateboard. Da musst du aber echt gut sein. Du hast nur noch Kinderjacken zu Hause, aber du bist kein Kind mehr. Dann mach sie alle zusammen zu. Genauso wie wir es hier zeigen. Und am Ende hast du eine Jacke für dich. Oder dir scheint es sehr, sehr kalt zu sein. Du hast ein Becher. Sag mir nicht, du musst wieder aufs Klo im Auto. Nein, diesmal musste er nicht aufs Klo, sondern das Kind. Jetzt haben wir die komplette Familie. Wir hatten schon was für die Mutter. Wir hatten was für den Vater. Und jetzt das Kind. Viel Spaß beim Autofahren. Das nächste Mal mit der Familie. Oh nein, meine Füße sind so kalt. Zieh dich aus. Hm? Ha? Das hilft nicht, wenn dir kalt ist. Dann mach dein T-Shirt kaputt. Das hilft nicht. Und dann näh... Was nähen wir aus deinem T-Shirt? Während du nackt dastehst. Ein kleines Wattebällchen. Und das kleben wir überall auf den Boden. Komm auf den Boden. Näh zusammen. Und schon hast du was für die Toilette. Du musst dann die Tafel, um das zu multiplizieren. 321 mal 3. Dann mach genau das. Viel Spaß bei größeren Zahlen. Jeder Lehrer liebt es bestimmt, wenn du erstmal sechs Jahre oben vorne bleibst, bis du es hast. Und bei größeren Zahlen hast du dann die ganze Tafel voll. Du liebst Folie? Nimm dir Folie ganz viel. Denn nur für Lifehacks kann man sie gebrauchen. Und dann klebst du die Folie zusammen. Und das macht ihr jetzt. Und am Ende knickt ihr sie zusammen. Seht ihr? Ist das nicht schön? Dann braucht ihr noch ein bisschen Form. Da rein ganz viel Expose wahrscheinlich. Das kostet pro Liter, glaube ich, so 20 Euro. Viel Spaß beim Kaufen. Und das müsst ihr nur noch an Tischbeine tun. Setzt euch lieber direkt drauf. Wasch deine Hose direkt mit, wenn du duschen gehst. Aber nichts anderes. Und dann mach Dehnübungen. Und schon passt deine Hose besser. Vielleicht? Weiß ich nicht. Kann sein. Aber ich will trotzdem nicht mit einer nassen Hose rumrennen. Du hast Coca-Cola. Tu da Epoxy rauf. Und schon musst du es nicht mehr trinken. Oder Fanta. Oder du liebst Dosen. Damit werden sie ja verewigt. Dann zündest du sie an. Ich meine, dann machst du die Luftblasen weg. Und das war's mit dem Lifehack. Säg einfach einen runden Kreis mit einer Säge aus. Denn bei uns wird Arbeitssicherheit ganz groß geschrieben. Dann Vaseline drauf. Oh, wo wollen sie das denn benutzen? Du reibst das so schön ein. Danach nur noch zumachen. Und lass mich raten, noch ein bisschen Silikon. Und dann, ja, du kannst alles da reintun. Es ist egal. Und wenn man bedenkt, wie viel die da brauchen, ist dieses Teil wahrscheinlich teurer als jeder normale richtige Tisch. Du willst ein Metallstück da durchrammen, aber es geht nicht. Dann schneit es so aus. Siehst du, genau wie wir es hier zeigen. Willst du es da durchrammen? Und dann dehne es auf. Aber Vorsicht. Ist gefährlich. Und dann schraub es zusammen. Also wolltest du es nicht durchrammen. Und schon hast du einen DIY-Hammer, wo man eher sagt, why? Deine Mütze passt dir nicht. Oh Gott, was sollst du nur tun? Du hast zu viele Haare? Dreh sie um und schneit es kaputt. Denn was dir nicht passt, muss kaputt gemacht werden. Und schon passt es mit deinen Haaren. Du schaust aus, als ob du so eine Nudelsuppe bist damit. Du hast so ein Piping-Bag oder was auch immer. Da tust du einfach Rasierschaum rein. Das ist nämlich für deinen Kuchen. Ich meine, dann drehst du es um und danach tust du Zement drauf. Aber vergesst nicht, oben nicht alles vollzufüllen. Dann musst du es noch ein bisschen schleifen. Und danach nur noch ein Licht reinführen. Ist es nicht wunderschön, Magic? Ist es schön? Lass es mich gerne wissen. Das war die schönste Lampe, die ich je gesehen habe. Du hast Feuchttücher. Nimm den Deckel von denen und kleb es an dein Handy. Siehst du, schon kannst du dein Handy aufstellen. Hast eine Geldbörse dabei. Alles, was du brauchst. Oder kleb einfach dein Nudelsieb zu. Oder was auch immer. Und dann geht kein Wasser mehr durch. Der ganze Punkt eines Nudelsiebs ist, dass da Wasser durchgeht. Wow, wow, wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vor allem für mehr Lifehacks.